Ein Ford Car ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige graue Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,9 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017